Hallo zusammen! Wenn ich einen Fotoworkshop starte, dann frage ich die Teilnehmer ziemlich am Anfang einmal, was sie sich erhoffen mitzunehmen von diesem Workshop oder was das ist, was sie am meisten lernen möchten. Und nicht selten kommt dann die Antwort, ich möchte schärfere Tierbilder hinkriegen. Irgendwie passt das bei mir nicht. Und darum geht es in diesem Video. Die acht, in meinen Augen wichtigsten Tipps für schärfere Vogelfotos. Die ersten zwei Tipps drehen sich um das Thema Autofokus. Meiner Meinung nach wirklich eines der wichtigsten Punkte, wenn es um scharfe Bilder geht. Das erste, das ich häufig sehe, das einige Leute falsch machen, ist den Single-Shot-Autofokus, statt den Nachführ-Autofokus einzustellen. Der Single-Shot oder Einzel-Autofokus bei Nikon und Sony heisst der AF-S, bei Canon One-Shot, der misst ein einziges Mal den Fokus, speichert den Fokus und wenn ihr nachher die Kamera bewegt, solange ihr den Auslöser halb unten gerückt habt, bleibt der Fokus dort, wo er ist. Das ist bei Tieren allerdings ein Problem, denn je nachdem fokussiert ihr auf das Tier und das Tier bewegt sich. Und viele sagen dann, ja, ja, für Safari, wenn ich einen rennenden Gepard habe, dann weiß ich schon, dass ich den anderen Autofokus, den Nachführ-Autofokus einschalten sollte. Aber häufig sieht man gar nicht, dass das Tier sich bewegt. Es genügt, dass ein Vogel den Kopf ein wenig nach vorne oder nach hinten bewegt oder nur schon leicht zur Seite dreht. Wenn ihr mit 400, 500, 600 Millimetern oder noch mehr mit so viel Brennweite unterwegs seid, ist die Schärfentiefe so klein, dass kleine Bewegungen bereits reichen und das Tier ist nicht mehr in der Schärfenebene. Deshalb schaltet immer den Nachführ-Autofokus, also entweder AFC oder AI-Servo, je nachdem bei welchem Kamerasystem ihr seid, ein. So, nun habt ihr eingestellt, wie die Kamera den Autofokus misst, nämlich kontinuierlich. Und jetzt müsst ihr noch entscheiden, wo die Kamera den Autofokus messen soll. Standardmäßig ist es nämlich bei den meisten Kameras so, dass alle der über das Bild verteilten Autofokuspunkte aktiv sind und die Kamera entscheidet dann entweder das nahegelegenste Objekt oder das, das den meisten Kontrast aufweist. Auf das wird dann scharf gestellt. Und das ist nicht zwingend immer das, worauf ihr scharf gestellt haben möchtet. Denn ein grauer Vogel hat nun mal weniger Kontrast als je nachdem der Hintergrund. Oder was ist, wenn ihr so einige Blätter im Vordergrund habt, die ihr gerne und ihr möchtet, dass diese das Bild vernebeln und hinten dran sollte man den Vogel oder was für ein Tier auch immer sehen und die Kamera stellt jetzt darauf die Blätter scharf. Das ist nicht das, was ihr haben möchtet. Und ihr müsst der Kamera also diktieren, wo sie scharf stellen soll. Und ihr könnt bei jeder Kamera von dieser automatischen Autofokus-Auswahl wechseln auf eine Einzelfeldmessung. Und da könnt ihr entweder das einzelne Feld nehmen oder sogar noch ein Spotfeld, das noch kleiner ist. Und dann immer versuchen, dieses Feld genau so gut wie es geht auf den Kopf des Tieres oder noch besser auf das Auge des Tieres zu legen. Die meisten Kameras haben einen Joystick, mit dem ihr dieses Autofokus-Feld verschieben könnt. Bei gewissen Kameras geht das auch mit dem Touchscreen. Ich habe lieber den Joystick, da ich dann durch den Sucher schauen kann und gleichzeitig das Feld bewegen. Das funktioniert ganz gut, wenn ihr einen Vogel habt, der auf dem Ast sitzt, der vielleicht am Boden langläuft oder eine Ente, die über den Teich schwimmt. Aber wenn ihr Tiere habt, die sich schneller bewegen, einen Vogel im Flug, zwei kämpfende Steinböcke und so weiter, dann ist es manchmal schwierig, dieses winzig kleine Autofokus-Feld die ganze Zeit auf dem Auge des Tieres zu behalten. Und hier gibt es dann den Gruppen-Autofokus oder Autofokus mit Erweiterung, bei dem ihr wahlweise vier, acht oder sogar noch mehr Felder als Hilfsfelder um euer ausgewähltes Autofokus-Punkt aktivieren könnt. Und sobald die Kamera registriert, dass sich das Motiv aus dem primären Autofokus-Punkt auf eines der Nachbaufelder bewegt hat, dann springt der Autofokus auch dort rüber und es wird dort nachgeführt. So habe ich das eigentlich gehandhabt, seit ich 2011 so ernsthaft mit der Vogelfotografie begonnen habe. Allerdings habe ich dieses Konzept nun vor wenigen Monaten etwas über den Haufen geworfen, und zwar da meine Canon R5 den Augen-Autofokus hat, wie auch einige Sony- und Nikon-Kameras. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, wie gut das in vielen Situationen funktioniert, dass die Kamera wirklich die Augen erkennt, sowohl von Tieren als auch von Menschen. Und deshalb nutze ich jetzt diesen Autofokus sehr häufig sozusagen als Ergänzung zu dem anderen. Besonders bei sich schnell bewegenden Objekten nutze ich seltener den Zonen-Autofokus, sondern setze vermehrt auf den Augen-Autofokus, denn wenn er das Auge nicht findet, dann versucht er als nächstes auf das ganze Tier zu springen. Das klappt meiner Erfahrung nach sehr häufig extrem gut. Allerdings ist er nicht ganz so konstant wie der traditionelle Autofokus, wo ja die Kamera sagt, wo sie fokussieren soll. Deshalb habe ich bei mir jetzt zum Beispiel eingestellt, dass ich mit einem Knopfdruck zwischen dem herkömmlichen Autofokus und dem Augen-Autofokus wechseln kann. Und dann bin ich je nach Situation flexibel. Ich würde euch auch raten, einmal beides zu testen, falls ihr diese Option habt. Zudem ist es natürlich wichtig, dass man eine Verschlusszeit einstellt, die kurz genug ist. Und das hängt natürlich immer davon ab, wie schnell sich das Motiv bewegt. Also bei Vögeln, die sitzen, mein Standardwert ist immer so eine 320. Sekunde, 400. Sekunde. Wenn sie natürlich dann gerade beginnen, kurz etwas zu picken, dann ist das Bild natürlich unscharf. Aber gerade bei Singvögeln, manchmal picken sie schnell etwas oder drehen schnell den Kopf, aber dann halten sie den Kopf auch wieder kurz ruhig. Und da seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Aber es gibt Situationen, da braucht man kürzere Verschlusszeiten. Zum Beispiel, wenn ein Vogel frisch auf einem Ast gelandet ist und dieser Ast eher etwas dünn ist, der bewegt sich etwas mit. In solchen Situationen greife ich dann lieber zu einer 60 und der 40 Sekunde. Ähnliches gilt bei Linikolen, die irgendwie im Sand herumlaufen, so in diesen Schlickflächen, die sind praktisch die ganze Zeit in Bewegung und ich möchte sie dann auch häufig in Bewegung haben. Wenn sie eben die Füße gerade, wenn einer der Füße in der Luft ist und so weiter oder dann beginnen sie sich zu putzen, die Flügel zu strecken, gerade dann gibt es die spannenden Momente. Und da stelle ich dann wirklich eine kurze Verschlusszeit ein. Kurz heißt eine 800. Sekunde oder kürze. Wenn es das Licht erlaubt, gehe ich dann lieber auf eine 1.250. oder 1.600. Sekunde. Und dann schließlich, wenn ihr Vögel habt, die fliegen. Ich habe früher ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich dachte, ja, ja, eine 1.250. das passt. Ja, es kann passen, aber häufig dann eben doch nicht. Und dann ist ein Teil des Fotos doch wieder unscharf. Und ich bin daher dazu übergegangen, lieber mit dem ISO etwas höher zu gehen, ein bisschen Bildrauschen zu haben. Ich meine, das wird mit jeder Kamera immer weniger. Und ich habe hier auch noch ein Video, wie ihr mit Bildrauschen umgehen könnt oder wie ich zumindest mit Bildrauschen digital nachher umgehe. Und lange Rede, kurzer Sinn, für fliegende Vögel nehme ich in der Regel eine 2.000. Sekunde. Bei kleineren Vögeln, bei Singvögeln, da dann lieber eine 3.200. oder so etwas. Nicht nur der Vogel kann sich während des Bildes bewegen und so für eine Unschärfe sorgen. Es kann auch sein, dass ihr verwackelt. Wenn ihr natürlich bei einer 4.000. Sekunde Verschlusszeit seid, spielt das keine Rolle. Aber gerade in der Dämmerung, sagen wir, ihr habt einen Vogel, der sich wirklich nicht bewegt, so manchmal ein Reier an einem See oder vielleicht eine Eule, dann könnt ihr auch gut einmal eine längere Verschlusszeit einstellen. Ihr müsst nur wissen, wann das der Fall ist. Aber sogar bei einer 3.20. Sekunde, ich meine, wenn ihr mit 800 Millimetern unterwegs seid, kann man schon etwas verwackeln. Deshalb als erstes versucht, eine stabile Position einzunehmen. Das muss nicht ein Stativ sein. Ihr könnt euch irgendwo auf einem Gelände aufstützen, an einem Baum aufstützen. Falls ihr liegt, nehmt vielleicht einen Bohnensack. Das hilft schon gewaltig zum die Kamera ruhig behalten und allfällige Vibrationen zu verhindern. Als nächstes empfehle ich immer ein bisschen eine stabile Armhaltung, dass ihr die Kamera wirklich ruhig halten könnt. Wenn es sein muss, dass es wirklich kritisch ist, vielleicht mal kurz die Luft anhalten, dann die Fotos machen und dann könnt ihr wieder atmen. Dann habt ihr für eine ganz kurze Zeit noch einmal einen Boost an Stabilität, wenn man so möchte. Die stabile Aufnahmeposition hilft zudem auch, dass der Autofokus viel treffsicherer ist. Wenn ihr hier so ein kleines Feld habt, das auf dem Auge des Vogels ist und ihr wackelt mit der Kamera hoch und runter, dann ist das Feld nicht sehr lange auf dem Auge des Vogels. Es wird, je nachdem, irgendwann wird der Autofokus auf den Hintergrund fokussieren, weil ihr euch wegbewegt habt. Und selbst bei Kameras, die mit dem Augenautofokus arbeiten, klappt es besser, wenn ihr die Kamera ruhig hält. Einige Kameras und Objektive haben zudem Bildstabilisatoren. Die machen einen unglaublich guten Job, wirklich Vibrationen stark zu vermeiden. Und da würde ich auch empfehlen, diesen einzuschalten. In der Tierfotografie kann sehr viel schief gehen. Der Autofokus kann man nicht treffen. Wie gesagt, der Vogel kann sich bewegen und das Bild wird unscharf. Vielleicht verwackelt ihr im entscheidenden Moment. Das sind sehr viele potenzielle Fehlerquellen. Und deshalb würde ich euch empfehlen, immer mehrere Bilder zu machen. Ich habe bei mir immer das Serienbild aktiviert und ich mache auch immer mehrere Fotos. Und wenn es eine Reihe ist, der am gleichen Ort steht und sich seit 10 Minuten nicht bewegt hat, ich mache mindestens 3-4 Fotos. Wenn ich nach Hause komme und alles entschärft, dann bin ich froh. Aber es kann auch immer eben. Ich kann einmal verwackeln, der Autofokus kann einmal nicht treffen. Und wenn ich unscharfe Bilder habe, rege ich mich nachher nur auf und aussortiert sind sie ja schlussendlich sehr schnell. Große, lange Telebrenweiten lauben es uns eigentlich, die Tiere auch aus größeren Entfernungen formatfüllend abzubilden. Das ist super, denn die Tiere haben gerade bei uns in Mitteleuropa häufig eine größere Fluchtdistanz. Durch diese große Distanz zwischen euch und eurem Motiv habt ihr auch automatisch sehr viel Luft dazwischen. und diese Luft, die kann auch für Unschärfe sorgen. Nämlich auf verschiedene Weisen. Einerseits, wenn ihr Hitzeflimmern habt, habt ihr vielleicht auch schon bemerkt, ein typisches Phänomen ist, dass dann keines eurer Bilder wirklich scharf aussieht. Ihr wisst nicht wieso. Es ist irgendwie nichts im Bild scharf. Es sieht vielleicht ein bisschen so aus, als ob der Autofokus nicht getroffen hätte, aber es ist schwierig einzuschätzen. Dann könnt ihr natürlich Dunst haben. Ihr könnt Staub ein wenig in der Luft haben. Wenn es ein wenig diesig ist, oder noch extremer wäre im Nebel, der nimmt auch die Kontraste und die Schärfe weg. Das heisst, wenn ihr könnt, versucht, die Distanz zu den Tieren zu reduzieren. Das soll jetzt nicht heissen, dass ihr einfach den Tieren hinterher rennen und sie verscheuchen sollt, aber wenn ihr merkt, die Fotos sind nicht scharf, überlegt euch mal, gut, ich fotografiere einen Steinbock auf 150 Meter Distanz. Ist das vielleicht möglich, dass hier einfach zu viel Luft dazwischen ist? Muss ich vielleicht versuchen, näher heranzugehen oder vielleicht etwas anderes machen? Ich meine, vielleicht kann man eine Habitataufnahme mit einer kürzeren Brennweite machen. Der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist, dass nicht alle Objektive bei Offenblende die beste Leistung bringen. Bei dieser Offenblende kriegt man zwar viel Licht auf den Sensor, man kriegt einen sehr unscharfen Hintergrund, aber gerade Zoom-Objektive werden häufig erst dann richtig, richtig scharf, wenn man sie etwas abblendet. Ein typisches Beispiel für mich ist hier das 150 bis 600er von Sigma oder Tamron. Das sind ohne Frage Spitzenobjektive. Sie sind relativ leicht, relativ kostengünstig. Sie kommen halt mit dem ganz kleinen Nachteil, dass sie bei der Offenblende noch nicht die optimale Leistung bringen. Das heißt, konkret für euch, wenn der Hintergrund eh sehr weit entfernt und deshalb gut aufgelöst ist und wenn ihr auch mehr oder weniger ausreichend Licht habt, dann blendet vielleicht von dieser Offenblende 6.3 etwas ab auf Blende 7.1 oder noch besser 8 und ihr werdet sehen, dass die Qualität noch einmal gewinnt. Das Gleiche gilt für die Supertele, nicht der neuesten Generation, sondern der etwas älteren Generationen, zum Beispiel bei Canon der Generation 1, also die um 1999 produzierten Objektive. Da habe ich doch einen deutlichen Unterschied gemerkt, wenn ich mit Konverter fotografiert habe, ob ich bei Offenblende fotografiert habe oder ein klein bisschen abgeblendet habe. Ich hoffe, diese paar Tipps werden euch in Zukunft helfen, dass ihr noch schärfere Vogelfotos erreicht und noch zufriedener mit euren Fotos seid. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, abonniert den Kanal und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren. Ciao!